Banane, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Daiga Night Talk. Wieder dabei ist der Kratos. Jingsu Crossbow Man. Ja, und der Matsu. Konnichiwa. Und der Sarge. Wir drei gehen voll auf, weiß ich auch nicht, sterben. So, obwohl eigentlich läuft's. Muss Felix nicht mal ein bisschen mehr anstrengen, dann wird das auch. Läuft doch, läuft doch. Ja, noch Felix, noch. Herr Sargeant Yo? Du wirst übermütig und dann war's das wieder, weißt du? Nein, nein, nein. Du hast dich Sargeant Yo genannt. Sargeant Yo? Und ich. Was ist das schon wieder? Die Römer haben... Jetzt wieder fünf Kilometer vor, bitte? Die Römer haben Hastatis hier? Ja. Ja. Nice, wusste ich gar nicht. Hast du denn, hast du denn? Hast du denn? Bleibt's am besten da. Kommen die oder? Ach, sehe ich keinen. In der Mitte. Na, das ist gut. Ja, jetzt bohren die alle gerade. Ja. Das ist bisschen. Alle? Ja, die sind wirklich alle in der Mitte. Na, ich lasse sie hier stehen. Ich kümmere mich erstmal um den Bogenschützen, ganz ganz hinten. Ja. Ja. Du liegst hier gerade volle, volle rein. Mhm. Okay, geht's. Das gut ist, die Anbruchsschützen können voll weit schießen. Findest du? Ja, die Bogenschützen, da steht... Ach so, ja. ...ultrafette Reichweite und man können sie... Okay, das sind mir zu viele Generäle. Wenn du kannst, hopp ab, weil der hier in der Mitte ist, ist alleine. Ja, ich... Ich hab mich gerade genauso gefühlt, alleine. Ja, warst du ja auch. So, General Wowo ist schon tot. Oh, das war geil, Mats. Okay. Kriegen wir den noch? Ja klar, kriegen wir den noch. Ja, ich muss mich kurz zurückziehen. Irgendwie eben heilen. Ich krieg den nicht. Oh oh, Garrett. Was, was? Moody kommt zu uns, also zu unseren Anbruchsschützen. Ah, na geht ja noch. So langsam, ich bin ja auch da. Also so langsam, einer ist... Händ ab, schnell hin ab. Ja. Ja. Es ist weiter. Umstellen, auf nahe kamen und dann geht das schon. Ich hab den, ich hab ihn, ich hab ihn. Er ist tot, ja. Nein. 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 Aber wir schießen da die ganze Zeit, du scheißarmen Schützer. Und ich bin da auch. Nein. 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 Wir haben hier grade leider selber Probleme, tut mir leid. Mit was? Ich hab drei Generäte bei mir. Ja. Aber wir haben einen... Mann, wusste das denn? Nein, der ist unter mir taucht oder so. Ich seh den nicht mehr. Ah ja auch ne. Ich lauf jetzt zu dir. Ach, du lebst doch. Ja, ja. Mach zum arrow, he is survived. Hm-hm. Ich hole den Nachschub, Gerrit, ich lass sie aber da stehen. Ja, ich hole selber welche. Holst du dir diese Daten, Matze? Ja, gib die Matze, gib die Matze. Ja, weil der Reiter hat, deswegen, nein, nicht. Ja, wir haben oben geschützten. Es braucht ein Glück, dass es oben geschützt wird. Ich glaube, ich geh lieber zurück und hol mir neue. Ja gut, dann hol ich mir die. Vielleicht haben wir hier Glück, das sind Bogenschützen. Äh, nein. Aber die können verteidigen. Die sterben aber auch. Okay. Wir haben uns. Okay. Die sterben aber auch nicht. Die halten sich wohl gerade zurück. Wow, erst 4 Kills. Mensch. Ist leid. War leider so. Kannst du die Bogenschütze? Okay, ich komm mit. Ich bin auch da. Die nerven. Okay, jetzt kommen sie alle. Ja. Oh, 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 oh. Ja, zieh dich zurück, Gary. Okay. Und Matze, lass dich nicht von ihm pikern. Und das tragen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay, ich geh ein bisschen weiter zurück. Ja. Mhm. Mhm. Alter. Ja. Die Anrufsschützen sind cool, wenn du gejagt fährst. Ich kann ja verstehen bleiben, ich weiß. Ich zieh mich kurz zurück. Ich hab noch zwei Soldaten. Ja, okay. Alles klar. Ja, genau. Zieh deine Soldaten. Ich bin schön zurück. Aber die sind echt diesmal hart entnehmen. Ähm, ich wollte gerade sagen, ein bisschen stärker. Die Drennen sind langsam zurück. Naja. Ja, das Problem ist, ja, was heißt zurückdrängen. Ich brauch langsam Muni. Das ist gut, Flick. Oh, der ist alleine. Kraftdauer hat Felix. Ja, ich... Wollte da nicht ganz reingehen, weil er gerade voll ist, viele. Nee, der stand ja alleine, dann meinte ich. Okay. Ich heil mich kurz. Dito. Hey, ich brauch Muni. Wurde doch irgendwie, wer hier. Jo, nice. Okay, das hat mich erwischt. Ja. Wenn du irgendwann wieder wegkommst. Nee. Hm. Nee, tut mir leid, da kommen wir auch nicht ran. Oh, tschüss. Oh, ich lebe noch nicht. Ich zuck noch. Er ist nicht mehr. Schade. Ich hab nur noch 5% an Muni. 25. 25. Oh, fuck. Der hat nur noch... ...ein Pixel leben. Ja, kann ich grad nicht erinnern. Der hat mir gerade... Der hat auch noch ein Pixel leben. Fuck. Okay, ich glaub, wir müssen... Ah. Scheiße. Pass auf, Dreamy. Oh, nicht gut. Nicht gut. Leben. Beschütze mich. Ah. Was? Fickst du den Arm? Nein. Werdex. Werdex. Ich laufe. Schneller. Ich laufe. Ich laufe. Oh, ne, bin du. Wo warst du denn auf einmal? Ja, ich... Als ich gesagt habe, wir gehen zurück, war es schon... Du bist ja schon komplett zurück. Oh, Gott. Was? Tun mir leid, aber ich bin schneller als du gewesen. Egal. Das war ein verschenkter Sieg. Okay, fünf Stück leben noch? Oder... Prost. Ja. Deswegen, ich war selbst überrascht, dass so viele auf einmal tot waren. Ja, aber ich war gerade ein bisschen überrascht, dass Felix kommt weg, war auch weg. Ja, als du gesagt hast, zurückziehen, bin ich zurückgelaufen. Ein Stück, ein Stück zurück, meinte ich damit, naja. Weil die sind ja, die hatten ja ihre scheiße Daten ja alle zurück. Was? Hätten wir ja locker wegmachen können. Ja, ich hatte keine Muni mehr, deswegen dachte ich, okay, gehst du ganz zurück. Ich wollte dich nicht... Musst du nach rechts gehen. War unfall. Ey. Ja. Musst du nach rechts, da zum... Ja, äh, ich halbe mich kurz. Renn ich kurz hin. Oh, alles so wenig leben, das ist ja gerade das Geile, aber naja, schade. Schade, 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 schade. Ja, wir hatten recht, alle zwei hatten nur so ein Fitzel noch. Ja, wir hatten recht, alle kaum was. Mhm. Äh, ja. Und? Hast du was gekriegt? Ja. Oh, süß. Sollen wir hinten rumlaufen? Pfff, du kannst theoretisch... Ja, weiß ich auch nicht, was ihr macht. Ah, da kommen sie doch. Stell dich doch hoch. Äh, oben auf die Klippe, keine Ahnung. Ich würde erst mal spotten gehen. Oh, das ist dann nicht schießen. Stell deine da rauf und kannst du spotten, irgendwie ein bisschen. Ja, die nehmen wir da ein. Äh. Ja, aber du musst auch spotten, sonst schießen sie ja nicht. Ah, aber die schießen. Okay, der hat voll den, nice. Ich wollte gerade sagen, der hat ein bisschen mehr. Run by run. Ja, ich glaube, das war's. Nee. Könnte schwierig werden gegen über 100 Mann. Äh, gar nicht. Stell dir so an. Voll schnell. Überrasch uns doch mal. Überrasch uns doch mal. Überrasch, ey. Alter, die sind zu fünft, die sollen jetzt mal Gas geben. Solltest du jedenfalls versuchen. Mhm. Wow. Hast du auch zwei Elites oder an? Nice. Hammer. Hallo. Danke. Tschüss. Outside! Ja, komm, komm. Mest vorschläge ich habe, du bin. Ja, komm. Ja, komm, komm. Ja, komm, komm. Ja, du hast ja gesagt. Ja, aber du hast ja gesagt, du hast ja angekriegt. Nee, ich glaube nicht, oder? Ja, aber für sie, naja. Moooooo. Pekka. Really good game. Ja, das war schade. Hätten wir auch... Ja. Na gut, meine lieben Zuschauer, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Bis dann, tschüss. ... 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